LUSH CRUSHER Ich habe gesagt, du sollst aufhören, diese Gongs zu läuten. Jetzt gibt's Ärger. Angriff! Ah! Ah! Ha, 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 ha! Ah! Woohoo! Oh! Hey! Yeah! Hey! No! Ah! Ah! Ha, ha! Ha, ha! Ja, 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 ja. Willkommen, ihr Kleinen. Was führt euch in den Tempel des prächtigen Wolkenatmerdrachen? Natürlich bin ich das. Entschuldigung, Meister Drache. Das ist alles, was wir von Meister Ion haben. Reicht dir das, um ihn zu finden? Seltsam. Ich rieche üble Vorzeichen. Ich war's nicht. Euer Meister Ion ist jenseits der Grenzen der Lebenden. In dem Land der Gespenster. Kommt, ich bringe euch zu eurer Akademie. Flynn! Okay, das war ich. Puh, jetzt wissen wir, wo Meister Ion gefangen gehalten wird. Aber dorthin zu kommen, wird nicht leicht sein. Die Rissmaschine deines Fahrzeugs hat einen Ausstoß, der der Energie von 3,2 Jillionen Blitzen entspricht. Aber um ins Land der Gespenster zu gelangen, müssen wir deine Rissmaschine auf 10 Jillionen Blitze steigern. Es gibt nur ein Objekt in den Skylands, das diese Menge an Energie erzeugen kann. Und das ist der donnernde Blitz des Wolkenreichs. Wir haben Königin Kumulus um Hilfe gebeten. Aber bevor wir irgendetwas tun können, braucht Max als Vorsichtsmaßnahme ein paar Felddaten von deinem Fahrzeug. Wie geht's, Skylander? Ich hörte, du brauchst einige Verbesserungen für dein Fahrzeug. Das ist gar kein Problem. Schwierig wird es nur, die Rissmaschine mit der Energie von 10 Jillionen Blitzen zu verbessern, ohne eine Kettenreaktion auszulösen, die das ganze Universum zerstört. Wirklich? Ich male mal wieder Katastrophen an die Wand, oder? Jedenfalls kannst du eins deiner Fahrzeuge auf den neuen Teststreckenprobe fahren, die ich gebaut hab, um ein paar Zahnräder zu sammeln, damit ich dich richtig kalibrieren kann und so. Und Land! Benutze sie, wann immer du magst! Du brauchst ein Landfahrzeug, um diese Zone zu betreten. Ich bin auf Mission! Juhu! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2018 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2019 Oh die! Der Troll hat gerade all diese Wolken gefressen! Ob die wohl schmecken? Gut, dass du da bist, Skylander! Dieser schreckliche Chaos bringt seine schleimigen Trolle in unsere reizende Stadt! Du musst ihn aufhalten! Bitte halte Chaos-Transport-Schiffe auf, bevor wir von ekligen Trollen überrannt werden! Ah! 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 Dieser wirbelnde Kristall sieht ziemlich verdreht aus. Ich wette, so wird die Brücke weiter vorne ausgefahren. Aha, aha. Sind wir also einer Meinung. Stufenaufstieg, Energieschub. Ja, so machen wir das, Skylander. Boom. Der einzige Weg zu Stratosphere führt über diese Straße zum Marktplatz. Marktplatz? Ich suche einen Gesprächsstoff und das wolkige Volk stellt tollen Krimskrams her. Du brauchst... Konzentrier dich, Flynn. Erinnerst du dich an den irren Tyrannen mit dem Blitzstab? Los, Skylander. Hotstreak! Hotstreak! Fahrzeuge des Technologie-Elements sind in dieser Zone stärker. Dämpiek! Dämpiek! Das war's für heute. Das war's für heute. Triff die Glocken mit deinem Supercharger. Dann geht die Tür auf. Ihr Skylander gehört nicht hier oben in den Himmel. Ruhe! Ihr wisst, was ich meine. Skylander des Wasserelements sind in dieser Zone stärker. Die Glocken mit deinem Supercharger. Die Glocken mit deinem Supercharger. Die Glocken mit deinem Supercharger. Das Glück ist mit den Tapferen. Die Glocken mit deinem Supercharger. 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 Stufenaufstieg. Mehr Wucht! Stratosphere hat den versunkenen Sturmsequencer überdreht. Wenn du darunter tauchst und ihn zerstörst, verlieren die Dynamos ihre Energie. Deaktiviere den versunkenen Sturmsequencer und schalte diese Dynamos aus, Skylander. Hm. 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 Spawner. Huh. Hmm. Haha. Wow. Hm. Das war's für heute. Stufenaufstieg Gold und Glitzer Das Glück ist mit den Tapferen Gold und Glitzer Du vollerst mich in der Luft heraus Ich bin Lord Stratosphere Geboren und über den Himmels Ich will ja nicht drängeln Aber du weißt schon, dass deine Arbeit hier noch nicht erledigt ist, oder? Dieses Mal hast du dich mit dem Falsch Überprivilegierten Wolkenbewohner angelegt, Skylander Du musst Lord Stratosphere aufhalten, bevor das ganze Wolkenreich zerstört wird Bewegung, Skylander Ja, lass diesen Blödmann nicht mit dem donnernden Blitzdings entkommen Fahrzeuge des Erdelements sind in dieser Zone stark Hey, der Kerl hat ohne zu blinken überholt Bewunder die Kraft des Donnerblitzes, ihr mickrigen Grundtalenter Du bist ein recht guter Pilot für einen Bauer Mal sehen, wie dir das hier schmeckt Dieser Kerl ist ein echtes Windei Ihr Unterländer wisst einfach nicht, wann ihr aufgeben müsst Ihr Unterländer wisst einfach nicht, wann ihr aufgeben müsst Ich veranstalte einen Ball, dir zu ehren, Skyletter. Hoffentlich trifft dich nicht der Schlag. Hey, Sekunde mal. Das sind ja Blitzbälle. Du bist ein beharrlicher Bauer, Skyletter. Aber wir haben Methoden, um Pöbeln wie dich aus dem Wolkenreich fernzuhalten. Meine Geduld mit euch ist am Ende, schmutzige Unzelländer. Es endet jetzt. Du hast den Sieg errungen, Skyländer. Bitte nehmt einen donnernden Blitz mit der ewigen Dankbarkeit des Wolkenreichs. Macht Platz, Leute! Hohe Wattszahl ist gerade im Anmarsch! Macht die Augen zu! Ich wusste, dass es klappen würde! Deine Rissmaschine ist mit der Energie von 10 Millionen Blitzen aufgeladen! Jetzt kommst du problemlos ins Land der Gespenster, Skyländer! Das ist eine knifflige Prozedur. Also brauche ich ein wenig Zeit, um dein Fahrzeug für die Reise zu kalibrieren. Aber keine Sorge, das geht ratzfatz und ruckzuck. In der Zwischenzeit solltest du mit Boss sprechen. Er sagte sowas wie, Kein Skyländer geht ohne geheimes Ningenland der Gespenster, solange ich hier bin! Es scheint ihm jedenfalls ziemlich ernst zu sein. Es gibt es nicht nur also, sondern auch hinterher Gruppenpersonen ... Es gibt es nicht nur klassisch, Es gibt es auch in der Schleucht. Das ist oft all diese Blitzschule. Es gibt es auch in der Reihe von den Koppelkampen. Es gibt es auch noch eine Schlange! Das gibt es auch in der Schleuchtunger. Der Schleuchtungerchen ist tatsächlich ein Schleucht oder einfach ein ZW-105. Bumm-Blitz! Du hast dir Zeit gelassen, hierher zu kommen, Soldat. Vernachlässige nicht dein Training. Das Land der Gespenster ist kein Kinderspiel. Also hör auf zu trödeln und an die Arbeit. Das ist mein Kampf-Zirkel, wo ich dafür sorge, dass du für den Kampf gegen Chaos in Bestform bist. Wie du siehst, ist ein moderner Greebill-Spender dabei. Den gab's neulich als Sonderangebot im Katalog der Scherken-Umschau. Zieh einfach an diesem Hebel und beginne dein Training. Okay, mal sehen aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte diese ganzen Greebills aus und gib alles. Das ist ein Das reicht, Skylander. Das reicht auf jeden Fall. Ich bin vielleicht streng, aber nur weil du unsere einzige Chance bist, Meister Eon zurückzubekommen. Dein Fahrzeug sollte jetzt bereit sein für die Reise ins Land der Gespenster. Geh und finde Flynn, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Aber komm ja heil zurück, Soldat! Oder du musst dich vor mir rechtfertigen. Wegtreten! Bumblitz! Das war Fanta- Es ist wirklich so... Ahoi, Skylander! Bist du sicher, dass du aufbrechen willst? Wir haben alle Zeit, die du brauchst. Wie wär's mit einem Snack? Heute ist Hackbraten-Tag. Flynn, es ist okay, ein wenig Angst zu haben. Ich meine, keiner von uns möchte ins Land der Gespenster gehen. Hey, ich hab keine Angst. Ich mag nur sehr gern Hackbraten. Also wirklich. Das Land der Gespenster muss dort sein, wo uns diese Transporter hinbringen wollten. Ich bette, Graf Moneybone hat dort irgendein grässliches Gefängnis gebaut. Oh oh, das heißt Meister Eon ist vielleicht nicht die einzige Person, die in Schwierigkeiten steckt. Wir sollten uns beeilen und keine Zeit verschwenden. Bist du bereit, Skylander? Oh, hallo! Ich habe mit tausenden Königen und Tyrannen gesprochen. Und sie haben alle etwas gemeinsam. Sorgen. Also, Schluss mit den Sorgen. Mein Name ist Graf Moneybone und ich bin hier, um zu helfen.